Hallo liebe Fans, wir sind zurück auf dem Platz und legen jetzt die Basis zum Angreifen in der Rückrunde. Dann haben wir 19 Tage für den ersten Spiel. Es ist fantastisch, dass wir diese paar Wochen zusammenkommen haben. Der erste Spiel hier auf Freude ist ein Fitness-Games. Wir haben zwei verschiedene Team auf. Wir spielen 45 Minuten. Und das letzte Spiel gegen Leverkusen ist natürlich ein großer Test für uns, um zu sehen, was wir machen können. Und um hoffentlich sehen, was wir in der Lage sind. Nicht nur physisch, sondern auch tactisch. Und vielleicht probieren wir ein paar Dinge. Es wird auch ein fantastischer Test für uns am nächsten Tag. Ich habe die Zeit genutzt, um runterzufahren, um auch mal in den Kopf zu holen, körperlich zu holen, aber auch im Kopf. Ich habe das genossen mit meiner Familie. Es hat gut getan und jetzt freuen wir uns, wieder zurück auf dem Platz zu sein. Die Spieler, jeder Einzelne, haben das Programm bekommen. Wir haben auch vom Goalie Trainer. Wie ich gehört habe, waren die Tests gut. Die Basis ist da, um wirklich hart zu arbeiten, sodass wir dann Vollgas geben können am ersten Rückrundenspiel. Die zwei Wochen, die wir jetzt auf dem Platz haben, werden extrem intensiv. Auch das gehört dazu. Und dann freuen wir uns, im Januar ein bisschen mehr mit dem Ball zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, gut, bitte. Bis zum nächsten Mal.